Ahora van a hacer una trenza, una trenza. Es como una fibra que la va tejiendo y le forma una trenza. ¡Fuera, fúera, fúera! Und wenn die Haare endet, die Haare endet, die Haare endet, mit den Fibren. Und dann wird die Haare endet, glaube ich. Das ist sie. Sie hat auch. Da gibt es ein bisschen Gange. Da, eine Strähne.